Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Wie sieht's hier eigentlich aus? Fasergewebe, Silbererz, Titan, ja gut. Wir nehmen mal einen Titan mit und dann bauen wir die Basis unten aus. Eigentlich wollte ich Sachen suchen, aber jetzt habe ich alles schon gefunden, was ich suchen wollte. Aber wobei, die Pilze hätte ich eh nicht suchen können, ne? Ich frage mich, was das für eine Perle ist. Diese grünen Punkte. Einige Tiere haben diese grünen Punkte. Entweder sind das diejenigen, die immun sind oder diejenigen, die verseucht sind. Ich weiß es noch nicht. Das ist mir halt bisher aufgefallen. So, was haben wir denn für Optionen? Kraftwerksmäßig. Äh, wir haben einen Bioreaktor, ja. Wir haben einen Kernreaktor, gut. Wasserfiltermaschine. Außenelemente. Wärmekraftwerk. Magnetit. Ich wette, ich kann hier unten Magnetit finden. Irgendwo. Okay. Das Zeug ist uncool. Titan. Kupfer. Bisschen Quarz. Ja, wir haben eigentlich genug kristallinen, das hast du nicht gesehen, um Atomreaktor zu bauen. Es ist auch nicht schwer zu machen. Wir müssen halt nur wegen der Energie mal gucken. Oh, Diamant. Oh, ich lud hier trotzdem mal alles fröhlich vor mich hin. Komm, hier alles gebrochen. Titan. Okay, da haben wir noch eine Kristall. Du bist... Blei. Na, gut. Lithium. Ich glaube, da in so ein Schieferding ins Kiechens kriegen wir auch irgendwo Magnetit. Bin ich mir fast schon sicher. Okay, hier wird's heiß. Okay. Ja, wir haben jetzt genug Rubine gesammelt, sagen wir's mal so. Immerhin etwas Positives. Du bist nur ein Fischi. Na gut, gehen wir zurück. Gucken, was wir brauchen für das Atomreaktorkraftwerk-Ding ins Kiechens. Und vielleicht ist das ja wirklich die beste Wahl. Kameras. Achso, klar. Ach, wir haben hier unten... Ach, wir haben hier Kameras. Wir können uns hier umsehen in Ruhe. Stimmt. Da war ja was. Okay, Atomreaktor. Also wärmbedingt wären wir natürlich lieber gewesen, aber naja. Erweiterte Kabelsatz, den habe ich tatsächlich dabei. Und Plastalbahn. Blei dreimal. Ja gut, dann brauchen wir aber immer noch dieses Uran-Ding ins Kiechens, ne? Kann ich das hier bauen? Kann ich das hier bauen? Oh. Polynalin. Okay. Und was haben wir hier? Benzol. Salzsäure. Okay. Ah, Kernstab. Ist alles kein Problem. Kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Gut, dann bauen wir Atomkraftwerk. Was soll's. Man gönnt sich ja sonst nichts im Leben. Danach können wir immer noch ein Wärmekraftwerk machen, wenn wir danach suchen. Erweiterter Kabelsatz. Packen wir erstmal alles quer rein. Hauptsache es ist nicht mehr bei uns. So, das nehmen wir mit. Haben wir hier noch was von dem Zeug? Ja. Ein bisschen Blei. Wo ist der erweiterte Kabelsatz? Da. Ich dachte, ich hätte mehr dabei gehabt. Hätte ich da nicht einen riesen Haufen rausgezogen? Ah, okay. Alles klar. Drei Stück haben wir gebraucht, ne? Ja gut. Mehr brauchen wir auch nicht. Wir werden später mehr holen. Okay. Plastalbahn. Das dürfte ja auch kein Problem sein, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Okay, dann brauche ich noch, falls ich welches habe. Was ich irgendwie gerade ein bisschen bezweifle. Lithium. Ich habe nur ein Lithium. Ich brauche zwei, ne? Was haben wir bloß? Ich brauche zwei. Zwei. Scheiße. Okay. Aber das Lithium haben wir hier gefunden. Das heißt, es dürfte wahrscheinlich auch irgendwo noch mehr rumliegen. Und wenn ich schätzen würde, dann hier oben irgendwo. Aber wir sammeln das hier trotzdem erst mal ein. Kupfer können wir auch gebrochen. Du bist Kupfererz. Ich weiß nicht, ob ich den hier rauslassen kann. Ich glaube, wir können auf 900 Meter mit unserem Krebstypi, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Wenn das hier Lithium ist. Ach, Blei. Dann würde ich es versuchen. Aber so. Kristall. Okay, er ist plötzlich nicht mehr so nett. Blei. Mein Blei ist natürlich schön, aber es ist nicht das, was ich suche. Wieso seid ihr jetzt pissig auf mich? Ich dachte, ihr wart so lieb. Ich konnte einen von euch sogar scannen, ohne dass er mich angreift. Und plötzlich sind die Buh-Männer. Ey, ich finde nicht einen so ein Ding, ne? Das ist echt uncool. So ein Pech muss man haben. Mann. Oh, das ärgert mich jetzt. So kurz vorm Ziel muss ich aufgeben. Das sind auf jeden Fall runde, rundere Steine, nicht diese eckigen. Also falls ihr welche seht, schreit. Schreit mich an. In den Kommentaren. Das funktioniert schon irgendwie. Glaubt doch an euch selbst. Mensch, dann gehe ich halt hier hin. Aber erstmal hole ich ein bisschen Sauerstoff. Ich brauche Magnetid oder das Zeug. Ansonsten bin ich am Arsch. Habe ich hier vielleicht noch irgendwas? Wasser ohne Ende. Dass ich dich niemals gebrauchen werde, ist wahrscheinlich. Nee, habe ich leider nicht. Wieso habe ich ausgerechnet davon nichts gesammelt? Aber schön hier unten. Wäre ich hier unten bauen sollen. Mir ist nicht so gefährlich. Ich will wissen, was das hier für eine Perle ist. Ach, das ist keine Perle. Das ist einfach nur irgendein Scheiß. Könnte ich dich als Energiequelle benutzen? Scheint heiß zu sein. Wiesiger Lebensbaum. Okay. Nee, ist nur hell, nicht heiß. Nützt mir allerdings wenig. Nützt mir allerdings wenig. Scheint es noch irgendwie weiter runter zu gehen. Schwefelgedöns. Da ist ein ründlicher Stein. Sandstein. Ist nicht der, der ich suche, ne? Wollte ich nur mal sagen. Ich wette, wenn ich alles aufgebaut habe und alles funktioniere, dann werden wir das nicht finden, was ich suche. Ich suche dieses komische blaue Zeug. Weil sie es überfinken kann. Oder suchen kann. Heiß, 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 heiß. Na gut, ich muss zurück Sauerstoff holen. Muss doch irgendwas an der Decke kleben. Irgendwas. Ich bin über meinem Zuhause. Lol. Wir sind genau da drunter. Es ist gut zu wissen, dass das, was wir gesucht haben, genau unter uns ist. Ich glaube, ich muss ein Stück zurückschwimmen, um zu gucken, ob da irgendwas ist. Denn da, in diesem Biom, in diesem Biom, da scheint es gar nichts zu geben. Also absolut rein gar nichts. Ungünstig. Und wir schwimmen mal da hin. Ich werde Sauerstoff holen. Ein bisschen Zeug abladen. Sobald wir sterben, landen wir eh hier. Also ganz ehrlich, da haben wir... Wir haben nichts, was wir verlieren könnten, sagen wir es so. Ich habe schon getestet. Wir landen definitiv hier im U-Boot, wenn wir ertrinken sollten. Also gib ihm. Gehen wir hier ein bisschen erforschen. Wir haben zwar nur noch irgendwie 40% Akku, aber... Müssen wir leben. Komm schon. Kalklagerung. Wir sind so tief und hier sind immer noch Kalkablagerung. Hier müsste eigentlich schon der geilste Scheiß ever rumliegen. Ist das hier ein gefährliches Gebiet? Oh, cool. Ich habe ihn noch gar nicht hier gesehen. Die sind hier überall. Nehme ich. Magnetit. Ist mir egal. Bis jetzt auf meinem Kopf. Nein. Muss ich alles in Kauf nehmen. Ich habe jetzt genug Magnetit, um das Wärmekraftwerk zu bauen. Wir sind fein raus. Oh, ein Diamant. Ist mir egal, wenn ich sterbe. Aber hier waren wir noch nicht, ne? Und hier gibt es einiges zu holen. Lithium. Nice. Für Sauerstoff haben wir noch nicht mehr viel. Wir haben auch nicht mehr viel Akku. Also gehen wir zurück. So. Wärmekraftwerk. Und dann wird gesucht. So sieht es aus. Können wir da auch Batterien aufladen und alles? Ach, das wird herrlich. Ich glaube, in der nächsten Zeit werden wir auf der Tiefe bleiben, hä? Ah, das ist das komische Zeug. Das Nickel-Erz. Oh, das müssen wir gleich scannen. Krass. Krass, wir finden hier echt alles. Alles, was wir uns je gewünscht haben, ist genau hier vor unseren Füßen. Finde ich gut. Ich hoffe, das Wärmekraftwerk wird reichen für das, was ich geplant habe. Wir werden es zumindest mal versuchen. Weil so ein Atomkraftwerk ist doch schon ein bisschen viel, ne? So. Was brauchen wir für Wärmekraftwerk? Fünf Titanen. Ah, Aerogel. Äh, Aerogel. Sorry. Äh, wir werden das Atomkraftwerk bauen. Fertig aus. Fertig aus, Nikolaus. Ganz ehrlich. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dann machen wir ein Plastalbahn. So, okay. Erweiterte Kabelsatz und Blei. Ja, gut. Haben wir unten, ne? Halt den Kabelsatz muss ich mitnehmen. Habe ich den hier reingestopft? Hier. 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 Habe ich ihn übersehen? Oder habe ich hier unten alles reingestopft? Ja, ich habe das hier unten alles reingestopft. So. Unten natürlich Blei. Und natürlich Blei. Wärme. Emergency power only. Oxygen production offline. Bitte was? Warum? Sehe den Fluidantik. Achso. So, Kernreaktor. Dann brauchen wir jetzt nur noch die Munition. Und dann geht er ab. Wärst du natürlich was essen? Ich bin froh, dass wir hier echt alles in unserem Bildchen haben, was wir brauchen zum Überleben. Wir werden die Sonne nie wiedersehen. Ach, Bär da. Ach, Bär da. Gute alte Bär da. Vital Signs. Stabilizing. So. Gut. Dann brauchen wir als allernächstes... Blei Titanenglas hat es so easy gemacht. Ganz ehrlich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Das billigste fehlt natürlich. Das billigste fehlt natürlich. Dann können wir gleich auf die Suche gehen. Aber erst... Eine Sache vorher. Falls wir mehr von dem Zeug hier brauchen. Das billigste ist so easy. Echt's? Power restored. All primary systems online. Diesen Bereich können wir abwickeln. Das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Äh, Reichweitenmodul. Oh. So, was haben wir noch? Beschleunigung. Silberherz. Ein Computerchip. Okay. Naja, gut. Ich suche. Aber ich kann das gar nicht suchen, oder? Anscheinend nicht. Oder er zeigt nur an, was es hier in der Nähe gibt. Aber wir haben hier auch keinen Schrott und alles. Okay. Geil. Ich könnte noch Magnetit suchen. Etwa wenigstens davon ein bisschen was. Ah, das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Aber wir haben jetzt nur eine kleine Unterwasserbasis hier. Kann ja auch nicht schaden. Willkommen zurück, Kapitän. Rein theoretisch könnten wir dann das hier bauen. Erweiterter Kabelsatz. Falls wir jetzt daran kommen. Na gut, jetzt haben wir halt die Energie. Das ist ja schön und gut. Ja. Ich bin ein bisschen, äh, sprachlos. Also, heißes Gebiet. Such mal ein heißes Gebiet. Ja, wow. Wer hätte es gedacht. Ziehen wir wenigstens mal mit einer Kamera los. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Gucken wir uns hier ein bisschen um. Aber ich muss sagen, es ist ein gutes Gefühl, dass wir hier etwas haben, wo wir uns sicher fühlen. Hallo? Ich kann nicht auf die Kamera zugreifen. Ah, doch. Musste wahrscheinlich erst installiert werden. Ah, gut. Dann schauen wir uns hier halt ein bisschen um, ne? Kann ja nicht schaden. Kann ich hier runtergehen, ohne dass ich kaputt gehe? Nice. Wo immer du bist. Ach, guck mal. Ja, hier unten ist das ganze Zeit. Guckt es euch an. Hier unten Magnetit oder Ende. Kann ich auch nicht riechen, ne? Huch. So. Da hinten ist unser Zuhause mit den ganzen heißen Gebieten. Ja, ich werde hier wahrscheinlich nicht weit kommen. Pustekuchen. Ja gut. Wir haben hier auf jeden Fall ein sicheres Gebiet jetzt. Also, falls wir mal irgendwas aufladen müssen, können wir hier zurückkehren. Dann müssen wir zumindest nicht komplett zurück. Also, schon mal anfangen. Vielleicht sollte ich etwas anderes suchen. Oder gar nichts momentan, um Energie zu sparen. Weil er wird jetzt auf ewig suchen und auf ewig Energie verbrauchen. Der ist muss auch nicht sein. Wenn wir etwas brauchen, werden wir das nutzen. Also, wenn wir schon mal hier sind, werden wir definitiv ein bisschen gucken, wie es mit unseren Upgrades aussieht. Was wir machen können, was die beste Idee jetzt wäre, zu machen. Kyanid hätte ich gern. Habe ich aber nicht. Nickelherz. Da haben wir das. Das, was wir brauchen. Achso, wir haben es Stufe 2 schon. Ach, Stufe 3. Ja, wir können hier eigentlich nichts machen. Polyanylin hätten wir jetzt schon mal. Hilft uns aber nicht, weil wir Kyanid nicht haben. Das könnte ich machen. Ja, Zyklopsonar. Schildgenerator. Ja, das könnten wir machen. Ja, aber kurzzeitig unverwundbar machen. Wir haben noch ein paar Kilometer, äh, noch ein paar hundert Meter, die wir tauchen können. Ich würde sagen, wir nutzen das einfach mal aus und dann... Wie sieht es denn mit meiner Energie aus, ach, sie ist top. Ich komme wieder, wenn ich es brauche. Sorry, Junge. Ein kleines Zuhause unter Wasser. Ja, vielleicht bauen wir es irgendwann komplett aus, wer weiß. Wenn wir es denn brauchen. Aber ich bezweifle das stark. Der Lebensbaum, ich denke mal, äh, der ist so eine Art Wegmarkierung für Spieler. Damit die wissen, dass die in der richtigen Richtung unterwegs sind. Aber wir können halt nicht noch tiefer. Wir müssen dieses Zeug finden. Und ich denke, wir werden es auf dem Weg hierher finden. Oder auf dem Weg dahin, wo wir jetzt gerade hier schwimmen. Es sei denn, es führt im Kreis. Dann haben wir natürlich ein Problem. Müssen wir uns überraschen lassen. Mal gucken, vielleicht bauen wir noch eine Basis irgendwo hier unten auf. So etappenmäßig, dass wir immer mal wieder in Sicherheit sind. Dass wir nie wirklich Probleme bekommen. Hallo, Kamerad. Tschüss, Kamerad. Was schön mit dir. Ich habe ehrlich gedacht, dass wir hier echt in Sicherheit sind. Äh, in Sicherheit, sag ich schon richtig, sind. Dass wir alles finden, was wir brauchen. Auch dieses Kyanid. Aber offensichtlich nicht. Na gut, Freunde. Wohin uns diese Expedition noch führt. Das erfahren wir wohl in der nächsten Folge. Haut rein. Euer Zero. Tschüss. Oh, es ist das, was wir Constanz. Was weiß ich nicht. Ich kann mich nicht. Das sage, sagen wir uns. Auch wenn ich ganz. Ich kann mich nicht. Oh, was weiß ich nicht.